Hey Leute, es ist wieder Zeit für ein weiteres Gewinnspiel und zwar gibt es wieder ein springendes Essen, diesmal eine Schokoladentafel, das bedeutet Jumping Chocolate und Jumping Chocolate Turbo. Einer von euch hat die Chance beide Spiele zu gewinnen, um sich dann zwei Easy Platin zu holen, das dauert insgesamt ungefähr vier Minuten bis ihr die beiden habt. Und ja, also was ihr tun müsst ist einfach Hashtag Jump in die Kommentare reinschreiben und dann noch einen Satz warum ihr das Spiel haben wollt und das war es auch schon. Und dann werde ich den Gewinner am 23.1. auslosen, am Montag, also schon bald in vier Tagen, denn die Spiele erscheinen am 21. und am 22. Genau und das war es eigentlich auch schon. Also Leute macht mit, solange ihr noch könnt, weil ja das geht ja diesmal nicht sehr lange, das ganze Gewinnspiel hier. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ich wünsche euch allen viel Glück, allen Teilnehmenden und dann schauen wir mal, wer diesmal das Glück hat, so ein Spiel zu gewinnen mit zwei leichten Platin-Tropeln. Also Leute macht's gut, wir sehen uns am Montag, haut rein und bis bald. Ciao, ciao.